Schausen Okay, Glück habe ich noch Diese Aura So einfach zu erkennen Anscheinend suchen wir jemanden Wir wissen genau, wo wir diese Person finden können Ich finde es schade, dass man das alles rausgeschmitten hat Wie er das Schwert bekommen hat und sowas Schade Das war's für mich. 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 Es ist schwierig, wenn es so tief ist, ist es schwierig zu gehen. Wie geht's? Erstens. Wie geht's? In diesem Klinik gibt es drei Schrauben. Wenn man sie alles ausfügt, dann wird die Schrauben... Was? Das ist nicht so einfach. Wir gehen auf jeden Fall. Jetzt... Oh, okay, okay. Jetzt gehen wir, Sasuke. Jetzt haben wir einen Arsch lecken. Jetzt habe ich mit dem Arbeitsamt gekämpft. Da hat sie gesagt, ja, okay, ist in Ordnung, machen wir. Dann rufe ich da an, ich habe es abgeklärt. Ja, wir brauchen sie doch nicht mehr. Vielen Dank für einen schönen Day noch, du Arsch. Ich werde natürlich jetzt nicht sagen, wo. Noch ein Stück, ne? Und, äh, ja, es ist neuer zur Zeit echt scheiße. Also, wenn jemand weiß, ob er... ... jetzt seinen Job für mich hat, sagt mir Bescheid. Das ist jetzt der letzte, ne? Okay, die Wind hat geöffnet, ne? Wir fragen uns, Sasuke. Nein, der letzte Verlust ist, oder? Oh? Der Verlust? Wenn auch jemand ein Headset für mich hat. Nein, ich bin bestimmt nicht bereit. Oh, neues Headset. Okay, dann haben wir die hergestellt. Dann wollen wir hier die normale Wundseibe einsetzen. So. Okay. Ich bin bereit. Sasuke und Suigetsu gegen Sasuke und Suigetsu. Verdammt ist das einfallsreich. Jetzt komm her. Erstmal werde ich hier das hier futtern. Und das hier. So, jetzt komm her. So, jetzt komm her. Okay, macht er das nicht, wie ich es möchte. Oh ja. Aufladen. Scheiße, so kann er nicht ausweichen. Okay. Schön gemacht. Schön verarscht habe ich ihn da. Nice. Dann haben wir jetzt eine Trinkflasche, ey. Ich hätte es jetzt cool, hätten wir jetzt so wie Getsu gespielt oder sowas. Das wäre eigentlich auch eine Füge übergekommen. Bonus und Gesundheit. 80, 74, 3040. Esran. Das sind wir auch gewohnt. Kabuto Yakushi. 720.000 Sturmpunkte freigeschaltet. Hilfswahr hat freigeschaltet. Er reicht. Hilfswahr hat freigeschaltet. So rum. Deine eiserne Abwehr. Verstärkt deine Kraft mit Kampfitems sowie mit Benton. Also Beton. Ja, ja. Bla, bla, bla. Keine Anleitung zum Sieg 31, ey. Willst du mich verarschen? Wie viel gibt es denn davon? Ne, wahrscheinlich nicht. Das Silbersteck ist irgendwo auf der Insel, die wir da vorne sehen, oder? Ja. Ja. Das ist ein Silberstein. Mann, oh Mann. Bla, bla, bla. Jetzt laufen wir einmal hier schön über Wasser. Schau, dass man jetzt nicht über das Wasser laufen darf. Also jetzt komplett einmal. Das sieht verdammt geil aus, ey. Ich hätte schon gerne so eine Sequenz, wo du so ein bisschen drüber laufen kannst. Wo dann unter dir so die ganzen Fische und sowas geschwommen wären. Das wäre bestimmt richtig cool gekommen, ey. Ganz ehrlich. Ich folge euch. Ich folge euch. Ich folge euch. Ich folge euch.